Durch Covid-19 ist die Weltgesundheitsorganisation WHO plötzlich zu einem globalen Machtfaktor geworden. Weltweit diktierte sie fast sämtlichen Staaten, was sie zu tun und was sie zu lassen haben. Die WHO war es, die Corona zur Pandemie erklärte, weltweite Zwangsmaßnahmen bewirkte und die experimentellen mRNA-Injektionen propagierte. Und auch nach Ende der Corona-Plandemie gibt es massive Kritik an der Weltgesundheitsorganisation, seitdem ihre Pläne zum sogenannten Pandemie-Vertrag bekannt wurden. Soll damit die Souveränität der Nationalstaaten ausgehebelt werden? Und könnte dann das, was wir mit der Corona-Diktatur erlebt haben, zum Dauerzustand werden? Über diese und weitere brisante Fragen über die Gefahren der WHO-Pläne möchte ich mich heute mit meinen Gästen, Prof. Dr. Michael Geislinger und Mag. Gerhard Karniak unterhalten. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Folge von Auf 1 Spezial. Herzlich willkommen, meine Herren. Ich darf Sie zunächst einmal vorstellen, damit unsere Zuseher wissen, dass Sie wahre Fachmänner und Experten sind. Herr Prof. Dr. Michael Geislinger, Sie waren Universitätsprofessor für Völkerrecht an der Uni Salzburg und beschäftigten sich auch intensiv mit Verfassungs- und Verwaltungsrecht. Zudem waren Sie im Gesundheitsausschuss zur Covid-Impfpflicht als Experte zu den Hearings eingeladen. Und bei Ihnen, Herr Mag. Gerhard Karniak, Sie sind Pharmazeut, freiheitlicher Nationalratsabgeordneter und Obmann des Gesundheitsausschusses. Darüber hinaus Leiter einer oberösterreichischen Apotheke und auch als Heeresapotheker tätig. Zudem haben Sie eine umfangreiche Ausbildung, sowohl in Schulmedizin als auch im Bereich der alternativen Therapien. Also hochkompetente Gesprächspartner. Und Herr Prof. Geislinger, die erste Frage gleich an Sie. Wie ist der aktuelle Stand, der Status quo, der WHO-Vorhaben zum Pandemievertrag und den internationalen Gesundheitsvorschriften? Also im Augenblick kann man sagen, es wird verhandelt. Es wird in zwei Gremien verhandelt, mit einer Menge von Subgremien und betreut von Sekretariaten. Einmal geht es um den Pandemievertrag. Dabei handelt es sich um einen eigenen völkerrechtlichen Vertrag, der im Rahmen der Weltgesundheitsversammlung beschlossen werden soll. Im Mai 2024 ist das geplant. Und der dann den Parlamenten, den nationalen Parlamenten, wie jeder völkerrechtliche Vertrag, der gesetzesändernd oder gesetzesergänzend ist, zur Beschlussfassung vorgelegt werden wird. Das heißt, es ist im Moment ein Prozess, der sehr hinter den Kulissen abläuft, wie das üblich ist bei Vertragsverhandlungen. Da treffen sich die Delegierten nach anfänglichen öffentlichen Sitzungen heute praktisch alle in geschlossenen Sitzungen im Rahmen eines sogenannten internationalen Verhandlungsgremiums, das abgekürzt wird nach der englischen Formulierung INB. Und in dem neben den Mitgliedstaaten der Weltgesundheitsorganisation auch die Europäische Union zum Beispiel vertreten ist, so wie eine Menge von sogenannten Beobachtorganisationen, die dort... Beraten wird ja doch schon länger, wenn ich gleich dazwischengrätschen darf. Jetzt waren ja die Mitgliedstaaten auch aufgefordert, Änderungsvorschläge einzubringen. Wissen Sie etwas, was da konkret besprochen wird? Es ist richtig so. Nur, wenn man nach einem österreichischen Änderungsvorschlag sucht, findet man keinen. Der Änderungsvorschlag ist für Österreich und für die Mitgliedstaaten der Europäischen Union von der Kommission eingebracht worden. Und die wiederum agiert auf der Basis eines Mandats, das der Rat der Europäischen Union verteilt hat, erteilt hat, ein entsprechendes Verhandlungsmandat. Und die Staaten selbst sind im Grunde freiwillig, denn wenn man sucht, ob die Europäische Kommission denn da irgendeine Rechtsgrundlage hat, sie hat keine Rechtsgrundlage. Das war ja bereits im Mai 2022, da die Nationalstaaten, Deutschland zählt ja da auch dazu, dieses Recht an die EU abgetreten haben, gesagt haben, ihr verhandelt mal für uns. Aber was sind denn jetzt die konkreten Vorschläge? Sind Ihnen welche bekannt? Es gab ja im Vorfeld jede Menge Kritik auch an den einzelnen Punkten. Wurden die dann auch mit eingebracht als Änderungsvorschlag? Die Änderungsvorschläge sind eingebracht worden und sind derzeit in einem Verhandlungsstadium. Also es gab ursprünglich einen sogenannten Zero-Draft, also einen Anfangsvorschlag, von dem ausgegangen worden ist. Dann ist das Büro beauftragt worden, diesen Änderungsvorschlag mit den Vorschlägen, die bis zum April eingebracht worden sind, von den Mitgliedstaaten bzw. der Europäischen Union zusammenzustellen. Dieser Vorschlag liegt seit 2. Juni vor. Und über diesen Vorschlag hat man in der vergangenen Woche in Bezug auf den Pandemievertrag die letzte bisherige Verhandlungsrunde gehabt. Und da ist es von Seiten, das ist, soweit man es aus öffentlichen Quellen ersehen hat, einmal darum gegangen, diese Änderungsvorschläge, die zum Teil dazu geführt haben, dass drei Varianten für einen bestimmten Artikel vorgesehen sind. Und der Spielraum ist relativ groß. Das heißt, es geht um einen sehr detaillierten Text oder es geht um einen weniger detaillierten Text oder es geht um einen dritten Vorschlag überhaupt, dass dieser Artikel entfallen soll. Das ist die Spielwiese, die die Delegationen jetzt haben, wo sie sich Artikel für Artikel zusammenstreiten. Und das hat also stattgefunden jetzt in der letzten Woche und das wird sich fortsetzen noch bis zum Dezember, bis dann ein entsprechender Vorschlag dann weiter hinausgebracht wird, zum Generaldirektor letztendlich der WHO. Wir sind unabhängig, weil Sie uns unterstützen. AUF1 ist zu 100 Prozent von seinen Sehern finanziert. Bitte unterstützen Sie uns, damit wir weitermachen können. Jetzt sind aber nicht nur die Mitgliedstaaten mit Delegationen vertreten oder aber auch die EU, sondern es sind auch einzelne private Organisationen involviert in diesen Vorgang. Das macht ja zunächst einmal hellhörig. Um welche Organisationen handelt es sich und vor allen Dingen, welche Interessen könnten diese erfolgen? Also Sie haben recht, das ist überhaupt ein Grundproblem der Zusammensetzung der Weltgesundheitsorganisation. Sie hat eine Liste von Beobachtern, wenn ich mich richtig erinnere, sind jetzt 216 Organisationen. Zum Teil mit einem öffentlich-rechtlichen Hintergrund und zum Teil einfach private Firmen. Und wenn man durch diese Liste durchgeht, dann findet man so interessante Namen wie etwa die Rockefeller Stiftung oder das Carta Institut oder die Blumberg Stiftungen, die sich dadurch hervortun in erster Linie, dass sie massiv Geld an die Weltgesundheitsorganisation spenden. Und das Problem, das hier jetzt strukturell gegeben ist bei der Weltgesundheitsorganisation, ist, dass es keine Transparenzvorschriften gibt und dass es keine Vorschriften gibt, die beteiligten Interessen offen zu legen. Also wenn man sich zum Beispiel die Bill Gates Stiftung ansieht, dann ist die Bill Gates Stiftung der zweithöchste Beitragende nach dem letzten Budget zum Haushalt der Weltgesundheitsorganisation gewesen. Nur die USA haben ein bisschen mehr Geld gespendet. Deutschland hat weniger Geld gespendet und auch die Europäische Union hat deutlich weniger Geld gespendet. Und natürlich ist, wer zahlt, schafft dann. Das ist ein Sprichwort, das hinter den Kulissen auch auf die Weltgesundheitsorganisation zutrifft. Und das Problem bei diesen Stiftungen und den beteiligten Personen bzw. Familien oder Clains oder Kooperationen ist, dass die ja nicht nur die WHO sponsern, sondern dass sie Unternehmen, Unternehmensbeteiligungen haben. Nicht in der Pharmazie. Gerade in der Pharmazie, weil Sie Bill Gates angesprochen haben. Wir in Deutschland haben diesem Herrn ja auch eine Plattform gegeben in den Tagesthemen. Und da hat er mal so ganz beiläufig gesagt, dass es gilt, alle Menschen auf diesem Planeten zu impfen. Also kennen wir dann auch schon die Interessen eines Bill Gates. Deshalb mal gleich zu Ihnen, Herr Mag. Kaniak. Sie sind Pharmazeut, habe ich eingangs gesagt. Welche Erfahrungen haben Sie mit der Pharmaindustrie gemacht? Was können Sie mit unseren Zusehern teilen? Grundsätzlich muss man sagen, die pharmazeutische Industrie ist nicht per se schlecht, sondern die pharmazeutische Industrie ist kapitalistisch orientiert. Diese Unternehmen sind an der Börse notiert. Und es ist auch absolut nachvollziehbar, dass hier nicht die Interessen einer österreichischen Bevölkerung oder einer europäischen oder gar einer Weltbevölkerung vertreten werden, sondern dass hier ganz beinharte Interessen der Aktionäre vertreten werden. Und da sind wir auch genau bei diesem Interessenskonflikt, den Sie gerade mit Professor Geislinger auch angesprochen haben. Wenn natürlich hier internationale Pläne und Vorschriften erstellt werden und dort die Shareholder, also die Aktionäre von diesen großen Pharmaunternehmen mit am Tisch sitzen und die Verträge mit diktieren, dann gibt es da natürlich einen wesentlichen Interessenskonflikt. Und dann ist mit sehr großer Wahrscheinlichkeit das, was rauskommen wird aus diesen Verträgen, eben nicht im Interesse der breiten Bevölkerung, sondern vermutlich sehr stark im Interesse dieser Konzerne. Ein sehr schönes Beispiel dafür ist, wie die Covid-Impfstoffbeschaffungen auf europäischer Ebene gelaufen sind. Ich glaube, das alleine ist genug Stoff für ausgiebige Untersuchungen und Nachforschungen und Verfahren. Und hier wurden Verträge zulasten Dritter abgeschlossen von der Präsidentin van der Leyen mit den Impfstoffherstellern zulasten der europäischen Bevölkerung. Und wir wissen das ja auch aus den direkten parlamentarischen Anfragen bei Gesundheitsminister Rauch. Die Verträge dürfen nicht offen gelegt werden. Es gibt kein Rücktrittsrecht. Österreich hat Pflichtabnahmen zu Pflichtpreisen und die genauen Konditionen bekommt das österreichische Parlament nicht einmal vorgelegt. Aber bezahlen müssen wir es, egal ob wir sie brauchen oder nicht. Das sind natürlich vollkommen unhaltbare Zustände. Dann kommen noch Haftungsausschlüsse und Ähnliches dazu. Und wenn dieses Beispiel auf noch übergeordneter Ebene, auf WHO-Ebene dann Schule machen wird, dann haben wir wirklich ein gewaltiges Problem. Sie haben gesagt, die Pharmaindustrie ist per se nicht schlecht. Ich meine, etwas anderes dürften Sie als Apotheker ja auch gar nicht sagen. Letzten Endes vertreiben auch Sie ja diese Produkte. Aber meine Frage zielte auch ein Stück weit darauf ab, ob Ihre Erfahrungen überwiegend negativ geprägt sind. Aber speziell nach diesen Erfahrungen wollte ich Sie schon fragen. Also ich sehe das sehr differenziert. Wie gesagt, für mich ist die pharmazeutische Industrie per se nicht schlecht oder böse, sondern so wie mit jedem anderen Verhandlungs- oder Geschäftspartner muss man wissen, welche Intentionen und welche Absichten hier verfolgt werden. Und man muss seine eigenen Interessen dem gegenüberstellen und schauen, wie weit führt das zu einer Zusammenarbeit und wie weit nicht. Und was nimmt man an und was nicht. Bleiben wir bei den Erfahrungen aus den letzten Jahren, wo ja nicht nur die mRNA-Vakzine, sondern auch die sonstigen Covid-Therapeutika sehr heftig diskutiert worden sind. Wenn man sich das ehrlich anschaut mit entsprechender Fachkenntnis, dann muss man schon festhalten, dass die Informationen, die vonseiten der pharmazeutischen Industrie geliefert worden sind, die Studienergebnisse und die Daten in der Regel deutlich objektiver waren und auch durchaus kritische Rückschlüsse zugelassen haben, im Vergleich zu dem, was die Politik daraus gemacht hat, was die Regierungsverantwortlichen daraus gemacht haben. Und so warne ich davor, sozusagen den Schwarzen Peter oder die Schuld gezielt auf die pharmazeutische Industrie zu schieben. Da machen sich manche Regierungen etwas leicht. Denn zum Beispiel Pfizer hat ja nie behauptet, dass die Vakzine von ihnen tatsächlich vor einer Infektion schützen. Es gibt auch keinerlei Daten dazu. Das waren schon die verantwortlichen Regierungen, die sich hingestellt haben und gesagt haben, das ist so. Und entsprechende Maßnahmen darauf erlassen haben. Also ich bin ein Freund von differenzierter Betrachtung. Und wenn man sich das genau anschaut, dann glaube ich, dass wir einfach ein strenges Regulativ in der Vergangenheit hatten, was zum Beispiel die Neuzulassung und Bewertung von Arzneimitteln anbelangt. Dieses Prinzip wurde aus meiner Sicht aus politischen Gründen massiv aufgeweicht während der Corona-Zeit. Da sind Sachen zugelassen worden, die in Normalzeiten nie im Leben eine Zulassung bekommen hätten. Den Vorwurf würde ich jetzt aber nicht der pharmazeutischen Industrie machen, sondern die Frage ist die politische Einflussnahme auf die Zulassungsbehörden, wie es soweit kommen konnte und die weitere Folge der Anwendung dieser Produkte. Also bleiben wir doch mal bei dem konkreten Fall. Biontech hat ja sogar in den Geschäftsbericht reingeschrieben. Wir wissen gar nicht, ob das funktioniert und wir müssen mal Rückstellungen bilden, weil eventuell kommt da was auf uns zu. Aber jetzt stellt sich der deutsche Gesundheitsminister hin und sagt, es ist nebenwirkungsfrei. Wie kommt es zu dieser Übertreibung, zu dieser Überspitzung? Was sehen Sie da als... Da wurde ein politisches Narrativ aufgezogen, das einfach vollkommen an Fakten befreit war, beziehungsweise konträr zu den vorliegenden Fakten waren. Ich habe zum Beispiel die Zulassungsstudien für die ersten Covid-Impfstoffe im Original bekommen und in erste Übersetzung. Und wenn man sich da zum Beispiel durchliest, dass eben zum Beispiel nicht auf fruchtschädigende Wirkung getestet wurde, dass natürlich keine Langzeitdaten vorliegen, dass keine Verteilungsstudien vorliegen, wie sich die Substanzen im Körper verhalten, verteilen und wie sie ausgeschieden werden. Und dann wird aus dem Ganzen von der Politik, von den Regierungsverantwortlichen, auch von einem Gesundheitsminister gemacht, es gibt keine schädliche Wirkung auf Kinder und es gibt keine fruchtbarkeits einschränkende Wirkung. Dann ist das eine Aussage, die wissenschaftlich schlicht und greifend nicht haltbar ist, die auch der Hersteller nie behauptet hat, die aber zum politischen Verkauf der Maßnahmen und des Impfzwangs, den wir in Österreich auch gehabt haben, eingesetzt worden sind. Und da sehe ich das große Problem. Und das ist auch der Bereich, wo ich Sorge habe, wenn das einfach international Schule macht, wenn diese politischen Vorgaben Schule machen, die weit über das hinausgehen, was wissenschaftlich tatsächlich fundiert und gesichert ist, sondern wo Behauptungen aufgestellt werden und wie ein Glaubensdogma dann vorangetrieben werden, wenn die Gesellschaft da in eine Richtung gedrängt wird und Zwängen unterworfen wird, so wie wir das alles erlebt haben. Das hätte man sich ja vor wenigen Jahren gar nicht vorstellen können. Aber die letzten Jahre haben gezeigt, dass das tatsächlich passiert ist, dass das wieder passieren kann. Und da muss man schon vorsichtig sein und da muss man Rahmenbedingungen schaffen, die so einen Irreweg in Zukunft unterbinden. Rahmenbedingungen, gutes Stichwort, bringt mich zur nächsten Frage. Die WHO will universelle Laborhoheit erhalten und sich 20 Prozent der pandemiebezogenen Produktion sichern. Was halten Sie davon? Ja, das ist der nächste planwirtschaftliche Schritt mit Eingriff in die, nicht nur in die Privatvermögen oder in die Wirtschaftsbetriebe, sondern im Endeffekt natürlich auch in die Brieftasche der Bürger, weil bezahlt wird das Ganze ja mit Steuergeldern und Beiträgen, die wir alle finanzieren müssen. Und das, was hier stattfindet, das ist ja eine massive Ausweitung der Krise. Wenn man das ein bisschen historisch betrachtet, die WHO und auch die österreichische Bundesregierung ist ja dabei, den Krisenbegriff, der berechtigt einen Notstand auszurufen und in private Rechte einzugreifen von den Freiheiten immer weiter auszudehnen. Und jetzt ist man dann so weit, dass sozusagen die Krise ja einfach festgestellt werden kann und vorbereitet eigentlich, bevor die Krise überhaupt noch da ist, Zwangsmaßnahmen gesetzt werden können, die von allgemeinen Mitteln und Beiträgen finanziert werden müssen, wo man sich Produktionskapazitäten reserviert, wo man sich Durchgriffsrechte reserviert, wo man Lager schafft, also mit der Bevorratung von Dingen, die man dann nicht braucht. Und die Ablaufungen sind wir in Österreich auch sehr gut. Das haben wir in der Vergangenheit schon ein paar Mal geschafft, dass wir da Millionenbeträge vertraten. Und wir sind wieder dabei und nur diesmal auf einer noch höheren Ebene. Man stelle sich vor, das, was van der Leyen auf europäischer Ebene gemacht hat bei der Impfstoffbeschaffung, international ausgerollt auf die ganze Welt. Und wer wird das bezahlen? Vor allem die westlichen Staaten, die hohen Bruttoinlandsprodukte haben, die werden einen überwiegenden Teil dieser Mittel aufbringen müssen, ohne dass es der eigenen Bevölkerung in irgendeiner Art und Weise zum Vorteil gereicht. Aber Herr Kaniak, Sie haben ja jetzt kürzlich gemeinsam mit weiteren freiheitlichen Nationalratsabgeordneten einen sogenannten Erschließungsantrag im Parlament eingereicht. Was ist das konkrete Ziel dieses Antrags? Dieser Erschließungsantrag zielt darauf ab, dass Österreich erstens seine nationalen Möglichkeiten nutzt im Rahmen der Verhandlungen auf WHO-Ebene, um hier die Verhandlungsdelegation, die Österreich dort hinsendet hat, eine siebenköpfige Verhandlungsdelegation, ganz klar zu beauftragen, den aktuell am Tisch liegenden Vorschlägen nicht zuzustimmen, alternative eigene Vorschläge einzubringen und auf gar keinen Fall diese vorliegenden Vorschläge anzunehmen. Wenn wir das machen, dann können wir entweder dieses Gesamtvertragswert in eine richtige Richtung lenken oder, wenn das nicht möglich ist, unsere Opt-out-Option ziehen und sind von diesen Beschlüssen nicht unmittelbar betroffen. Der zweite Punkt ist in diesem Entschließungsantrag, dass wir verfassungsrechtlich den Schutz der österreichischen Bevölkerung und den Erhalt der Souveränität stärker verankern wollen. Das betrifft nicht nur den Gesundheitsbereich, sondern das betrifft auch zum Beispiel den Bereich der Neutralität, auch im militärischen Bereich, im Bereich der Landesverteidigung. Und hier könnte eine Stärkung des Artikels 1 in der Bundesverfassung helfen, dass wir von übergeordneten Institutionen, von der Europäischen Union bis hin zur WHO, nicht so leicht in Sippenhaftung oder in Geiselhaft genommen werden, dass Vorgaben, die von dort kommen, Richtlinien und Verordnungen und Verträge, die von dort kommen, eine größere nationale Hürde haben, um in Kraft zu kommen, im Idealfall eine Zweidrittelmehrheit im österreichischen Nationalrat. Und genau daraufhin zielt dieser Entschließungsantrag ab. Was entscheidet über den Erfolg dieses Antrags? Der Erfolg dieses Antrags, das kann ich Ihnen unmittelbar sagen, wir haben diesen Antrag zweimal eingebracht. Einmal zur unmittelbaren Abstimmung und einmal ins normale Prozedere, wo er jetzt einmal in die entsprechenden Ausschüsse zuerst zur Beratung kommt. Und bei der unmittelbaren Abstimmung war die freiheitliche Partei die einzige Partei, die diesem Entschließungsantrag zugestimmt hat. Viel Erfolg mit dem nächsten. Professor Geislinger mal wieder zurück zu Ihnen. Was sind denn Ihrer Meinung nach die kritischsten Punkte aus der Sicht von Österreich in diesem Pandemievertrag? Also der kritischste Punkt insgesamt, sowohl bei Pandemievertrag als auch bei den internationalen Gesundheitsvorschriften, die ja parallel dazu geändert werden sollen, ist das gesamte Paket, das von der Europäischen Union vorgelegt worden ist. Denn das bedeutet, so wie wir gerade vom Herrn Obmann des Gesundheitsausschusses gehört haben, das bedeutet die Perpetuierung der Maßnahmen, die die Europäische Union im Zuge der Covid-19-Krise entwickelt hat. Und zwar ist der Krisenmodus praktisch der Modus, der das gewöhnliche Gesundheitssystem bestimmt und letztendlich auch unterläuft. Weil alle diese Maßnahmen, die vorgesehen sind, alle diese Maßnahmen haben große finanzielle Implikationen. Und sie bedeuten in der Realität, dass die Aufwendungen, die die Staaten für das Gesundheitssystem zweckwidmen, im Budget vorgesehen sind, dass diese Aufwendungen für die Krisenvorsorge zunächst einmal und auf der Basis dieser international verpflichtenden Vorschriften hausgehaltet werden müssen. Was bedeuten würde, entweder schafft man es in den nationalen Budgets, das Gesundheitsbudget so stark auszudehnen, dass diese Maßnahmen miterfasst sind, oder aber es geht zulasten des regulären Gesundheitssystems. Und diese Perpetuierung und gleichzeitige Universalisierung der Krise, das ist der größte Eingriff in die österreichische Souveränität, den man jetzt mit einzelnen Maßnahmen in den einzelnen Artikeln und im Grunde, muss man sagen, jeder Detailvorschlag, der von der tschechischen EU-Präsidentschaft für Österreich als EU-Mitglied zu den internationalen Gesundheitsvorschriften eingebracht worden ist, und jeder Vorschlag, der von der Kommission zum Pandemievertrag eingebracht worden ist, beinhaltet eine Souveränitätsschwächung und zum Teil einen großen Souveränitätseingriff. Die Weltgesundheitsorganisation ist nach dem derzeitigen Stand ihres Rechts nicht wirklich mächtig. Sie ist mächtig geworden im Zusammenspiel mit den unmittelbar verbindlichen Vorschriften, die sich die Europäische Union zum Beispiel eben für Europa geschaffen hat. Weil der Druck auf die Weltgesundheitsorganisation in einer bestimmten Art und Weise vorzugehen, der ist im Grunde von unten her, der ist im Grunde von der Europäischen Union gekommen. Die Europäische Union hatte das Problem, dass ihr Locuta-System, dass die Reisebewegungen von Flugreisenden zum Beispiel oder Bahnreisenden über die Grenze eines EU-Mitgliedstaates hinaus erfassen hat sollen, und dass sie ja von der Europäischen Union entwickelt worden ist im Zuge der Covid-19-Krise, dass diese Vorschriften weltweit nicht gegolten haben, sondern sie sind im Grunde, mussten sie mühsam verhandelt werden, ob sie und wer sie dann letztendlich anerkennt. Nicht wer auch zum Beispiel den grünen Pass anerkennt und wie weit das durchsetzbar ist. Wenn man das jetzt auf die Ebene der Weltgesundheitsorganisation hilft, und das finden Sie genau in den Vorschlägen von europäischer Seite, dann würde das bedeuten, all das ist dann universell gültig, und die Vorschriften sind sehr detailliert, nicht zum Beispiel zu diesem Traveller-Locuta-System. Da wird verlangt, dass es in Papierform und in digitaler Form dann präsentiert werden kann. Das sind diese Elemente. Und dazu kommt, dass Gremien und Verfahren geschaffen werden, die die Weltgesundheitsorganisation mit einer Durchgriffswirkung ausstatten. Das bedeutet zum Beispiel ein eigenes Komitee, das überwacht, ob die Maßnahmen, die dann gesetzt werden, ob diese Maßnahmen tatsächlich auch erfüllt werden. Der Sonderweg, den zum Beispiel Schweden beschritten hat in der Covid-19-Krise, der wäre schon ein Fall für das Monitoring und für Compliance und das entsprechende Gremium, das hier wiederum vorgeschlagen worden ist als Teil des Pandemievertrages und auch Stärkung in den internationalen Gesundheitsvorschriften. Das bedeutet, ein schwedischer Sonderweg wäre nicht mehr möglich, beziehungsweise wenn sich ein Mitgliedsland dennoch dazu entscheiden würde, die Maßnahmen nicht mitzugeben, müsste es mit Sanktionen rechnen? Und da ist auch interessant, die Sanktionen sind nicht wie üblich in einem internationalen System mit Einstimmigkeit verbunden, sondern in diesem Fall mit einem Zweidrittelquorum plus einem Vierfünftelmehrheit. Das heißt, es könnte der eine Staat, der ist so und so ausgeschlossen aus der Beschlussfassung, aber hinzu kommt noch, dass nicht einmal alle anderen einstimmig entscheiden müssen, sondern dass einfach eine entsprechende Mehrheit geschaffen wird. Für Schweden wäre das also ein tödliches Unterfangen gewesen. Sie haben vorhin die Maßnahmen bereits angesprochen. Lassen Sie uns doch noch ganz kurz über die Maßnahmen sprechen, die dann die gesamte Gesellschaft zu tragen hat. Also die WHO ruft eine Pandemie aus, bedeutet für uns alle? Einmal das entsprechende Pläne, die vorbereitend schon in der Phase davor entwickelt werden müssen, und zwar auf allen Ebenen, das ist gemeint, da geht es um Gemeinden, geht es um Städte, geht es um Länder, wenn man das auf Österreich herunterbricht, geht es um die Republik Österreich insgesamt. Diese Pläne müssen praktisch vorbereitet werden und werden dann entsprechend umgesetzt. Und dann sind die Maßnahmen, die schon in Covid-19 entwickelt worden sind, wie zum Beispiel eben entsprechende Ausgehverbote, dann Bewegungsbeschränkungen, Kontrollen der Bewegungsbeschränkungen, Kontrollen im Arbeitsbereich. Alles das würde dann greifbar und umsetzbar, ohne dass es entsprechende neue zusätzliche Diskussionen zum Beispiel im Parlament geben würde, weil ja die Rechtsgrundlagen alle vorbereitend schon geschaffen worden sind. Aber eines noch, wenn Sie mir erlauben zu ergänzen, zu dem, was Herr Obmann geschildert hat aus der Zeit der Covid-19-Krise, dieser Faktencheck, da hatte ja die Europäische Union das Problem, dass sie zwar innerhalb der Europäischen Union die Berichterstattung so gesteuert haben, wie wir sie in Österreich bei den Staatsmedien erlebt haben. Da ist eben plötzlich dann nicht mehr die Rede, was ist jetzt wirklich in den Zulassungsstudien gestanden, sondern da ist das dann kolportiert worden, das von der Europäischen Union von oben her dann an die Regierungen gegangen ist und von den Regierungen bereitwillig dann entsprechend hinaus posaunt worden ist. Das Problem der Europäischen Union bei Covid-19 war, dass es ja außerhalb der Europäischen Union und außerhalb der USA, die ein ähnlich rigoroses Berichterstattungssystem, also eigentlich muss man es Zensur nennen, eingeführt haben, dass es dennoch Informationsquellen gegeben hat, die entsprechende Hintergrundinformationen geboten haben, die dann zwar dem sogenannten Faktencheck zum Opfer gefallen sind, die aber dennoch entsprechend von einigen, die sich umfassend informieren haben wollen, zugänglich waren. Jetzt soll dieses Zensursystem weltweit eingeführt werden. Und das bedeutet dann, dass so eine offene Debatte, wie wir sie heute führen, im Fall einer Pandemie in Zukunft nicht mehr möglich sein wird. Herr Mag. Kaniak, mit dem Pandemievertrag sollen ja auch weltweit sogenannte Genom-Netzwerke errichtet werden. Zunächst einmal für unsere Zuschauer zur Erklärung, was ist dein Genom-Netzwerk und welches Risiko könnte dabei bestehen? Grundsätzlich sind diese Genom-Datenbanken jetzt nichts Neues. Die gibt es dezentral in den entsprechenden Forschungseinrichtungen schon sehr lange. Es geht hier um die Dokumentation der genetischen Daten der Krankheitserreger. Es gibt auch andere Genom-Datenbanken für Krebserkrankungen zum Beispiel und Ähnliches. Also so gesehen ist das jetzt nichts ganz Neues. Die Sorge, die gerade bei diesem Punkt und bei dieser internationalen Verknüpfung, die der neuer WHO-Vertrag hier vorsieht, besteht, ist, dass hier nicht nur die genetischen Daten der Krankheitserreger erfasst werden, sondern dass über die biologische Abstrichnahme, also die biologischen Proben, die auch gesunden entnommen worden sind in Österreich zum Beispiel während der Corona-Zeit, dass hier einfach auch mehr Daten erfasst werden, auch die Genom-Daten der Menschen mit erfasst werden in weiterer Folge. Und dass dann in weiterer Zukunft sogar bis ins Persönliche die Daten mit verknüpft werden mit dem Ganzen und der einzelne dadurch transparent wird. Also dass da eben nicht nur die Krankheitserreger-Daten der Genome erfasst werden, sondern dass es da auch zu einer Erfassung von menschbezogenen Daten kommt. Solange das Ganze wirklich datenschutzrechtlich gut geschützt und anonymisiert ist, könnte man sagen, ist das ja nicht tragisch. Dem Moment, wo man aber den Zugriff auf die Daten selber gar nicht mehr hat und wo das alles übergeordnet verknüpft wird miteinander, ab dem Zeitpunkt besteht natürlich eine gewisse Gefahr. Und diese Sorge ist nicht unberechtigt, wenn man sich anschaut, wie in Österreich eben während der Krise massengetestet worden ist, wo von jedem einzelnen erzwungenerweise die biologischen Proben abgenommen wurden und in Labore geschickt wurden. Und dann hat man auch zusätzlich noch den unmittelbaren Laborzugriff von der WHO in den Verträgen auch mit geregelt. Dann stellt sich schon irgendwann einmal die Frage, wie verhält man sich als Staat oder als Bürger oder auch als Laborbetreiber, wenn dann eine Aufforderung kommt, bestimmte Daten zu liefern auf Basis dieser neuen Verordnung oder dieser neuen Gesetzeslage von der WHO. Dann muss man die Daten ja herausnehmen, ansonsten wird man mit sehr starken Sanktionen bedroht. Und was dann mit den Daten passiert, das ist dann die entscheidende Frage. Was könnte das zum Beispiel sein? Naja, es gibt ja, wenn man die mediale Berichterstattung verfolgt, dann gibt es ja auch immer wieder Ansätze, dass man sagt, okay, es ist sozusagen gesundheitlich relevant, welcher Genstatus, welche Genkodierung die entsprechenden Menschen haben, um daraus Rückschlüsse zu sehen, wie anfällig sie für bestimmte Erkrankungen sind. Und mit diesem argumentativen Brückenschlag kann man ganz leicht in das systematische Sammeln auch von menschlichen Genomdaten überleiten. Im Falle einer bestehenden Krise oder einer drungenen Krise, wie gesagt, das ist ja sehr, sehr locker formuliert, das Ganze regulativ, wäre das Anlass genug, diese Daten zu sammeln. Und wir wissen es ja auch aus den nationalen Datenbanken, wie schwierig es ist, Daten tatsächlich zu anonymisieren, beziehungsweise anonym zu halten und Rückschlüsse auf den Einzelnen nicht zuzulassen. Und das ist die große Sorge, wenn Daten sozusagen, und sei es nur illegal gehackt werden, oder eben auch tatsächlich durch ungeschickte Formulierungen und ungesicherte Wege transportiert werden, dann können sie eventuell auch nicht anonymisiert irgendwohin gelangen. Und das ist die große und aus meiner Sicht durchaus auch berechtigte Sorge. Und da muss der Schutz der persönlichen Daten, auch der persönlichen genetischen Daten auf jeden Fall gewährleistet sein. Gegen ein reines Sammeln von Daten über Krankheitserreger wird niemand etwas haben. Die Gefahr ist, in dem Kontext zu sehen. Und die Frage ist immer, was macht die Politik aus diesen Rahmen, die da sind? Würde man alles so vernünftig nutzen, wie es einem der Hausverstand sagt, bräuchte man uns alle für weniger Sorgen machen? Missbraucht man diese regulative und diese gesetzlichen Möglichkeiten, die da sind? Kann sich der Einzelne nicht mehr wehren, wenn die Verträge in Kraft sind und Österreich sich dem Ganzen untergeordnet hat? Und dann ist man dem Missbrauch genauso ausgesetzt. Früher hieß es ja, Geld regiert die Welt. Mittlerweile sagt man, Daten sind es, die die Welt regieren. Und wenn Daten und Geld zusammenkommen, dann wird es ganz besonders schwierig, ganz besonders spannend. Jetzt gibt es ja auch noch diesen Begriff des One Health, eine Gesundheit Programm. Das soll interaktive Methoden zwischen Mensch, Tier und Umwelt ergreifen. Können Sie das kurz erklären? Wie könnte das in der Praxis aussehen? Grundsätzlich wird hier versucht, natürlich den Gesundheitsbegriff oder die gesundheitbeeinflussenden Faktoren zusammenzufassen und dadurch Einflussmöglichkeiten, Handlungsmöglichkeiten auf eine übergeordnete Ebene zu heben. Immer mit dem Argument natürlich, es ist notwendig für die Gesundheit der Bevölkerung. Das hat im Bereich der Veterinärmedizin und der Veterinäreninfektionen, der Zoonosen durchaus eine Berechtigung, weil es gibt Erkrankungen natürlich, die vom Tier aufs Mensch übertragen werden und die über die Tiere verbreitet werden. Das, was in diesem One Health Ansatz aber passiert, ist, dass das Ganze noch viel weiter ausgedehnt wird. Und so wie der grundsätzliche Pandemiebegriff mittlerweile ein vollkommen verwaschener ist, ist auch dieser One Health Begriff ein vollkommen verwaschener, weil im Endeffekt jeder das hinein und dazu zählt, was ihm gerade ideologisch dazu passt. Und das führt dann nicht nur zu den Tieren oder zu den Mikroorganismen im Wasser, sondern es geht dann weiter zur Umwelt, zum Klima. Und ich frage mich ja, wie weit dann eine Gesundheitskrise ausgerufen wird, wenn das nächste Mal irgendwo die Bodenozonwerte vielleicht zu hoch sind oder die Feinstaubbelastung zu hoch ist oder vielleicht einfach nur eine Hitzewelle da ist. Und das gilt es einfach alles zu berücksichtigen. Das hört sich auf den ersten Blick alles ganz nett und harmlos an, bietet aber eben immenses Missbrauchspotenzial und geht total weg von dem ursprünglichen Zweck. Im Endeffekt führt das dazu, dass dieser One Health Ansatz alles als Gesundheitskrise tituliert. Man könnte sagen, nicht eine Gesundheit, sondern eine Dauerkrise ist eigentlich das Ziel dieses Ansatzes. Weil irgendwo kriselt es immer und dann hätte man die Grundlage dazu, auch alle Notfall- und Notstandsbestimmungen in Kraft zu setzen bei jedem einzelnen Anlass, auch wenn der unmittelbar mit der Gesundheit der Bevölkerung gar nichts zu tun hat. Wunderbar erklärt, für jeden verständlich. Wir haben gerade eben über die kritischen Punkte des Pandemievertrages gesprochen, Herr Professor Geistlinger. Jetzt gibt es ja aber auch noch diese internationalen Gesundheitsvorschriften. Werfen wir auch noch einen Blick in diese. Was ist daran besonders kritisch zu sehen aus Ihrer Sicht? Im Grunde versucht die Europäische Union eben über die tschechische Präsidentschaft, die damals gerade als die Vorschläge zu unterbreiten waren, die Präsidentschaft der EU inne gehabt hat, parallel zum Pandemievertrag in die Gesundheitsvorschriften dasselbe Konzept hineinzubringen. Also wenn wir bei Ihrem letzten Beispiel mit dem One Health bleiben, dann hat das ja eine immense rechtliche Rückwirkung. Nicht alles diese Einbeziehung von Umweltrecht, von sogar Nuklearrecht, weil es geht ja auch um Krisen, die formell in den Ergeltungsbereich des Euroatomvertrages fallen. Das bewirkt von der Seite der Europäischen Union her eine Unterwanderung des geltenden vertraglichen Kompetenzvorschriften aus dem EU-Vertrag und vor allem aus dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union. Nicht alle Umweltaspekte sind im Artikel 191 geregelt. Die Gesundheit ist im Grunde den nationalen Staaten vorbehalten über Artikel 168. Aber mit diesem One Health Konzept nutzt man eine, ich würde das nennen, eine fahrlässige Vorgangsweise der ÖVP und Grünen Regierung aus der Covid-19 Periode, dass man einfach Dinge, die man selbst nicht regeln wollte oder wo die handelnden Akteure überfordert waren, zur EU hinübergeschaufelt hat und nicht überlegt hat, ob denn die EU überhaupt eine Kompetenz dafür hat. Für den gesamten Bereich der Pandemie-Vorsorge hat die Europäische Union keine Kompetenz. Aber was jetzt passiert ist, dass ohne die Kompetenz und im Grunde ohne, dass Österreich hier jemals zugestimmt hätte, weil das hätte ja passieren müssen durch eine Vertragsänderung, die Europäische Union über Österreich und natürlich auch die anderen Mitgliedstaaten, Sie haben ja vorher Deutschland erwähnt, natürlich das Gleiche gilt für Deutschland, über Deutschland hinweg versuchen ihre Entwicklungen, ihre Erfahrungen in den Bereich der Gesundheitsvorschriften hineinzubringen. Und die Gesundheitsvorschriften sind ein besonderes völkerrechtliches Konstrukt, weil sie nämlich angenommen werden durch die Gesundheitsversammlung, aber im Unterschied zum Pandemievertrag genügt schon die einfache Mehrheit. Und es kommt dann nicht ins Parlament, sondern auf Exekutivebene, das heißt auf der Ebene der Regierungen, hat man die Frist, die mittlerweile verkürzt worden ist, auf zehn Monate, um innerhalb dieser Frist zu sagen, wir machen die internationalen Gesundheitsvorschriften für uns nicht verbindlich. Was dann bedeutet, sie bleiben auf der Ebene so wie sie jetzt sind. Nur bei der derzeitigen Regierung, die ja voll in diesem Zug mitfährt, ist es überhaupt nicht zu erwarten, dass die ihre Chance dieses sogenannten Opting-Out nutzen würden. Man kann nur an die österreichische Bevölkerung appellieren, dass sie sich sehr gut überlegt, wen sie bei den nächsten Nationalratswahlen wählt. Da werden wir gleich noch darüber sprechen, welche Möglichkeiten wir als Gesellschaft haben, um dann noch das eine oder andere zu verhindern. Wir haben vorhin im Rahmen des Pandemievertrags auch mal über kritische Berichterstattung gesprochen, dass die ausgeschlossen werden kann, dass diese sogar verfolgt wird. Gilt das auch für die internationalen Gesundheitsvorschriften? Gibt es da auch einen Passus, der Des oder Missinformation betrifft? Ja, das ist eben so. Und gerade jetzt tagt ja die Arbeitsgruppe noch bis zum 28. Juli. Und ich habe mir die provisorische Tagesordnung angesehen. Nach der provisorischen Tagesordnung ist der Kern dieser Diskussion, die jetzt stattfindet, die Parallelität zwischen Änderung und Verhandlung des Pandemievertrages und den internationalen Gesundheitsvorschriften herzustellen. So dass sich die Vorschriften nicht widersprechen, sondern dass sie sich ergänzen. Und wo ein Gegenstand zum Beispiel in beiden geregelt wird, dass man im Zweifel auf die Gesundheitsvorschriften verweist, im Pandemievertrag oder umgekehrt. Und da muss man sehen, wie die Verhandelnden letztlich dieses Problem lösen. Aber sie können davon ausgehen, dass alles das, was im Pandemievertrag gehandelt wird, entsprechende Pendants in den internationalen Gesundheitsvorschriften findet und umgekehrt. Und wenn man sich also den tschechischen Präsidentschaftsvorschlag für die Gesundheitsvorschriften ansieht und im Vergleich dazu den Kommissionsvorschlag zum Pandemievertrag, dann deckt sich das. Wer entscheidet dann, was Desinformation ist? Das ist dann letztendlich eine Angelegenheit der Weltgesundheitsorganisation. Und hier hat ja die Weltgesundheitsorganisation ein sehr autoritäres Bild. Der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation ist im Vergleich zu allen anderen universellen Organisationen mit einer Machtfülle ausgestattet, die keine Einzelperson an der Spitze hat. Und dann ist ihm beigegeben in all diesen Fragen eine Expertenkomitee. Aber Experten, das sind diejenigen, die dann ihm die entsprechenden Empfehlungen geben. Und auf der Basis dieser Empfehlungen erklärt der WHO-Generaldirektor eine Pandemie. Ein wichtiger Vorschlag sowohl von Gesundheitsvorschriften und von Pandemievertrag ist, dass es auch eine vorläufige Pandemie geben wird in Zukunft und eine regionale Pandemie. Was für die Europäische Union und von dort kommt ja der Vorschlag besonders wichtig ist, weil sie dann für den europäischen Bereich eine eigene Vorgangsweise wählen können. Erheblich früher oder unabhängig davon, ob es auf universeller Ebene eine Pandemie war. Denn im Covid-19 hat man ja gesehen, dass die Verteilung des Covid-19-Erreger und der entsprechenden Krankheit über die Welt gesehen sehr unterschiedlich war. Und daher zum Beispiel aus der Warte der Europäischen Union lange Zeit der Generaldirektor der WHO kritisiert worden ist, dass er nicht schon früher eine Pandemie ausgerufen hat. Das wird auf die Art und Weise jetzt unterlaufen, zumindest wenn sich diese Vorstellungen durchsetzen können in den Verhandlungen. Und dann sind die Mechanismen wesentlich effizienter und rascher umzusetzen. Wir sind unabhängig, weil Sie uns unterstützen. AUF1 ist zu 100 Prozent von seinen Sehern finanziert. Bitte unterstützen Sie uns, damit wir weitermachen können. Herr Mag. Kaniak, jetzt liest man über all diese brisanten Themen in unseren Systemmedien so gut wie gar nichts. Haben es jetzt die Journalisten nicht mehr nötig über solche Vorgänge? Auch betreffend der Menschenwürde, der Freiheit des Menschen zu berichten, sind wir schon so weit gekommen? Ich muss ganz ehrlich sagen, aus persönlicher Wahrnehmung heraus habe ich den Eindruck, dass die freie und unabhängige Berichterstattung in den Boulevardmedien so gut wie nicht mehr existent ist. Das hat mit Corona sicherlich einen absoluten Höhepunkt gefunden, wo die Boulevardmedien, der öffentlich-rechtliche Rundfunk inhaltlich vollkommen gleichgeschalten war und wo auch kein Platz für kritische Stimmen einfach war. Und zwar über Jahre kein Platz für kritische Stimmen war. Das ist nicht das, was ich mir unter einem freien Meinungsdiskurs vorstelle. Das ist auch nicht das, wo ich die Aufgabe dieser nach Selbstdeklaration unabhängigen Medien sehe. Aber es ist natürlich verständlich, wenn man sich anschaut, wie diese Medien auch finanziert werden. Dass hier hunderte Millionen für Subventionen und für Inserate ausgegeben wurden von Seiten der Bundesregierung in Österreich, gerade an die Boulevardmedien. Dass jetzt für den ORF gerade eine Haushaltsabgabe beschlossen worden ist, die das Budget nochmals deutlich aufstockt. Dass dann eine gefällige Berichterstattung die Folge ist, überrascht mich jetzt nicht wirklich. Aber es ist das Gegenteil von dem, was ich mir wünschen würde. Und auch das Gegenteil von dem, was notwendig wäre. Und das Problematischste ist, wenn hier der kritische Journalismus für die breiten Massen abgeschafft wird. Wenn hier Meinungen, Einzelmeinungen als Fakten verkauft werden. Also als Glaubensgrundsätze, die gar nicht mehr angezweifelt werden dürfen. Und wo anderen Meinungen dann einfach der Mund verboten wird. Oder die sogar dann sozial geächtet und beruflich benachteiligt werden. So wie es in den letzten Jahren einfach auch passiert ist. Und da haben die Medien, vor allem die Boulevardmedien, auch einen großen Anteil daran. Weil hier natürlich abweichende Meinungen derartig stigmatisiert worden sind und aufgebauscht worden sind. Und die Personen so auch, man muss fast sagen, denunziert worden sind, wenn sie nicht die gewünschte Meinung vertreten haben. Dass es dann eben auch entsprechend auch auf arbeitsrechtliche Konsequenzen für diese Personen gehabt hat. Also ich würde mir wünschen, dass es mehr tatsächlich unabhängige Medien geben würde. Gott sei Dank haben diejenigen, die diese Unabhängigkeit in den letzten Jahren bewahrt haben, auch einen entsprechenden Aufschwung erlebt. Ich sehe meine Aufgabe auch darin, diese Medien zu unterstützen, um einen kritischen Diskurs zu fördern und zu fördern. Und der Bürger, die Betroffenen, der Wähler im Wesentlichen auch, der ja da noch die politischen Entscheidungen durch seine Wahl maßgeblich mit beeinflusst, der ist aus meiner Sicht angehalten, sich objektiv und unabhängig zu informieren. Das hat er in den letzten Jahren mit Boulevardmedien und dem ORF leider nicht zusammengebracht. Wie erleben Sie denn als Obmann des Gesundheitsausschusses die Parlamentssitzungen zu den WHO-Plänen? Wie stehen die Parlamentarier dazu? Ich entnehme es Ihrem Gesichtsausdruck, die Stimmungslage scheint nicht besonders gut zu sein. Das hat weniger mit der Stimmungslage als mit dem tatsächlichen Informationsgrad und der Bereitschaft, dieses Thema überhaupt zu thematisieren, zu tun. Die Problematik dessen, was hier ansteht und was hier international in Verhandlung ist, ist den meisten Mitgliedern auch des Gesundheitsausschusses, glaube ich, nicht bewusst. Wir haben auch beim Gesundheitsminister im Ministerium mit parlamentarischen Anfragen regelmäßig abgefragt, wie der Verhandlungsstand ist, welche Maßnahmen und Schritte denn das Ministerium zu setzen gedenkt. Und abgesehen davon, dass man meistens nur ausschweifende Antworten bekommt, ist sozusagen die Kernaussage vom Bundesminister Rauch seit über einem Jahr. Er begrüßt alles, was dort vorgeht und es findet seine Unterstützung. Kritische Aussagen sucht man hier vergeblich. Es wird überhaupt keine eigene Position bezogen. Es findet eben kein Diskurs darüber statt, keine Diskussion, wo Anpassungsbedarf aus nationaler Sicht, aus Sicht von Österreich wäre, sondern es wird im Bausch und Bogen einfach mal alles gut geheißen. Und damit findet auch keine Debatte statt, sondern die Debatten werden eben in der Regel unmittelbar beendet. Das Thema wird vertagt auf den St. Nimmerleinstag. Ich bin gespannt. Wir haben jetzt ja aktuell einen erneuten Antrag von mir und anderen Abgeordneten, der im Herbst im Gesundheitsausschuss wieder auf der Tagesordnung stehen wird. Ich bin neugierig, ob es dort zu einer Debatte kommt oder ob dort von den Regierungsfraktionen oder vielleicht sogar von allen anderen Fraktionen das Thema unmittelbar wieder vertagt wird. Oder ob dann doch eine Dringlichkeit erkannt wird und das weitergehend diskutiert wird. Jetzt wissen wir ja, Politiker unterliegen zum Teil auch Fraktions- oder Koalitionszwängen. Wenn Sie jetzt außerhalb dieser Sitzungen mit einem Politiker sprechen, mit einem Kollegen einer anderen Partei, haben Sie denn das Gefühl, dass der schon selbst ein Stück weit recherchiert hat und erkannt, welche Brisanz in diesen Verträgen liegt? Und dass der das Ganze schon auch kritisch betrachtet oder sind die da in einer Blase unterwegs nach dem Motto nichts sehen, nichts hören? Es gibt durchaus einzelne Mitglieder, wo ich weiß, dass sie sich mit der Sache intensiver beschäftigen und die auch das wissenschaftlich und fachlich beurteilen können. Aber das ist eine absolute Minderheit, leider Gottes. Ich glaube, es fehlt einfach die Erkenntnis, wie weit auch Österreich an seine Bürger betroffen wäre, wenn das Ganze tatsächlich so in Kraft gesetzt wird. Sondern viele machen es sich da, glaube ich, zu leicht, schieben da die Verantwortung einfach von sich weg, schieben es auf eine höhere Ebene. Der Professor Geistlinger hat das ja auch schon ganz gut gesagt. Die Bundesregierung lebt das ja vor. Die Verantwortung hat nicht die Regierung oder auch nicht der Abgeordnete der Regierung, sondern die Verantwortung hat die Europäische Union, die Verantwortung haben die internationalen Organisationen. Das ist alles so weit drüber und die wissen schon, was ist und wir haben da ja eigentlich gar nichts zu bestimmen. Die werden schon wissen, was sie für uns beschließen. Und das ist natürlich eine ganz fatale Einstellung, die auch nicht mit dem ursprünglichen Auftrag zu tun hat. Denn diese Herrschaften sind ja genauso wie ich angehalten, die Interessen der österreichischen Bevölkerung zu vertreten und nicht irgendwelche internationalen Interessen zu vertreten. So langsam aber sicher dürfen wir zum Schluss kommen dieser hochinteressanten Sendung. Ich habe noch eine zweifache Frage an Sie, Herr Professor Geistlinger. Könnte der Pandemievertrag rein theoretisch auch vorzeitig zur Anwendung kommen? Und die interessantere Frage wahrscheinlich, was kann gegen die Umsetzung dieses Pandemievertrags unter internationalen Gesundheitsvorschriften ganz konkret noch unternommen werden? Also Herr Kahn, die vorläufige Anwendung und vorzeitige Anwendung ist ausdrücklich vorgesehen im Entwurf. Und sie ist etwas, was mit Sicherheit anzunehmen ist, das von der Europäischen Union genutzt wird. Weil wir kennen diese Praxis von den Partnerschafts- und Kooperationsverträgen. Und das Heikle, was sich hier ergeben kann, ist, dass die Mitgliedsstaaten langsam, vorsichtig, bedächtig sind mit der Abwicklung der innerstaatlichen verfassungsrechtlichen Vorgaben. Weil es in den meisten Staaten ja dann eines Beschlusses des Parlaments bedeutet. Und das hängt von den Regierungszusammensetzungen ab, wird nicht überall eine einfache Angelegenheit sein. Und die Europäische Union hat das Problem nicht, sondern die Europäische Union kann sofort lossteuern. Und das führt dann zu dieser Situation, dass über die Europäische Union hinweg die Mitgliedsstaaten, die gar noch nicht zugestimmt haben, an die vorläufige Anwendung dieses Vertrages gebunden sind. Und im Grunde dann alles akzeptieren müssen, was über die Europäische Union unter diesem Titel auf sie zukommt. Jetzt bin ich gespannt auf den zweiten Teil Ihrer Antwort. Was man tun kann? Ja, im Grunde wären die Regierungen aufgefordert, jetzt zu verhandeln und im Grunde zurückzurudern. Und zu sagen, alle Regierungen der Mitglieder der Europäischen Union sich zu distanzieren von diesen Vorschlägen und sich zu überlegen, was davon wirklich notwendig ist und was davon entbehrlich ist. Meiner Meinung nach müsste der Pandemievertrag zur Gänze verhindert werden und bei den internationalen Gesundheitsvorschriften zu 80 Prozent die Änderungsvorschläge abgelehnt werden. Die Möglichkeit, die nächste Möglichkeit, wenn man die Verhandlungen nicht nutzt und was man so sehen kann, dann ist offensichtlich von der österreichischen Seite nichts, was da bisher greifbar gewesen wäre, dass hier abweichend von der Europäischen Union etwas eingebracht worden wäre. Dann wäre so die Zweidrittelmehrheit in der Beschlussfassung der Weltgesundheitsversammlung unmöglich zu machen. Das ginge, indem ein Staat beginnt und mit den anderen verhandelt und sagt, schauen wir, dass wir genügend zusammenkommen und dann verhindern wir das und dann läuft der Pandemievertrag ins Leere. Bei den Gesundheitsvorschriften ist es wesentlich schwieriger, weil da müsste man immerhin schon verhindern, dass die einfache Mehrheit in der Gesundheitsversammlung zustande kommt. Also da wartet noch viel Arbeit auf alle. Mir ist noch eine Frage eingefallen und die passt gerade noch so in die Zeit. Nehmen wir mal an, es kann jetzt nicht verhindert werden, dass beide Verträge ratifiziert werden. Jetzt sind aber dann irgendwann wieder Nationalratswahlen in Österreich oder Bundestagswahlen in Deutschland und wir setzen jetzt einfach mal den Fall an, die FPÖ würde jetzt Regierungspartei werden. Lassen sich diese Verträge nicht jederzeit, auch wenn es mit Restriktionen verbunden ist, kündigen? Also die Ratifizierung dieser Verträge wird Gott sei Dank auf jeden Fall in die Verantwortung der nächsten Bundesregierung fallen. Das, was passieren kann, ist, dass sie auf internationaler Ebene beschlossen werden und dann eben den Nationalstaaten zur Ratifizierung vorgelegt werden. Österreich hat in diesem Fall, der Herr Professor Geistlinger hat es schon erwähnt, dann zehn Monate Zeit, die in den internationalen Verträgen vorgesehene Opt-out-Option wahrzunehmen und zu deklarieren. Für uns gilt das alles nicht. Wir machen da nicht mit. Das kann ein Beschluss des Nationalrats sein. Und die Freiheitliche Partei wird sich natürlich maßgeblich dafür einsetzen, dass wir das sicherlich nicht akzeptieren für Österreich. Wir haben einen Drei-Stufen-Plan. Punkt eins. Wir wollen die Bundesregierung dazu zwingen, per Nationalratsbeschluss, dass die Delegation die Verhandlungen im Interesse Österreichs führt und die nationale Souveränität im Rahmen dieser Verhandlungen gewährleistet. Wenn das nicht möglich ist, dann wären wir sicherlich auf Regierungsebene diesen vorliegenden Papieren nicht zustimmen, diesen Verträgen. Und wenn es zu einer Ratifizierung im Parlament kommen sollte, haben wir hoffentlich vorher schon die Verbesserung des Artikel 1 der Souveränitätsbestimmungen vielleicht geschafft. Dann bräuchte es schon eine Zweidrittelmehrheit, um hier Souveränität des Staates Österreich aufzuweichen und an die WHO zu übertragen. Das wird dann hoffentlich auch vielleicht eine andere Regierung, die vielleicht in weiter Ferne dann einmal kommt, nicht zustande bringen. Zumindest sicherlich nicht mit den Stimmen der FPÖ. Da war das Wort hoffentlich drin. Hoffentlich bedeutet Hoffnung. Wir haben die Hoffnung, dass sich da noch etwas zum Guten wandeln lässt. Ich sage vielen herzlichen Dank, Herr Professor, Herr Magister. Es war ein sehr interessantes Gespräch. Liebe Zuschauer, für Sie noch der Hinweis, teilen Sie diese Informationen in Ihrem Freundes-, in Ihrem Bekanntenkreis. Es ist einfach zu wichtig, um es unter den Tisch fallen zu lassen. Und wie Sie mitbekommen haben, finden sich diese Informationen auch nicht in den Systemmedien. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.